Jack Osborne schwebte in Lebensgefahr. Der 38-Jährige infiziert sich während Dreharbeiten in einem malaysischen Dschungel mit Leptospirose. Unwissentlich tritt er in eine mit Rattenurin kontaminierte Pfütze. Zwei Wochen später in Lapland, Finnland, treten die ersten Symptome auf. Mein Körper begann sich abzuschalten, erinnert sich Jack. Unfähig, vor Ort behandelt zu werden, reist er nach London. Dort versagt sein Körper nach fünf Tagen endgültig. Zum Glück erkennt ein Tropenkrankheitsspezialist die Ursache. Ich hab's, rief der Arzt und rettet Jack damit das Leben. Doch das ist nicht der einzige lebensbedrohliche Vorfall in der Familie Osborne. Schwester Kelly, 39, berichtet im Familienpodcast The Osborns von einem traumatischen Erlebnis. Jack habe sie in ihrer Kindheit mit einem Luftdruckgewehr angeschossen. Ich wäre fast gestorben, erzählt Kelly. Auch Jack gibt die Schwere der Situation zu. Man kann auch mit einem Luftdruckgewehr jemanden töten.